Ja Uuuuuh Oh ne richtig geile Explosion Jo Leute was geht ab? Mucke hier am Start mit einem neuen DC Video Die Aufnahmen sind aus dem letzten Livestream Wir haben eine Mission gemacht und hatten danach noch einen dicken Teamfight mit Blackhawk, Downs wieder und allem mögliche Das werde ich in zwei verschiedene Folgen aufteilen Heute kommt die Mission und ja ich denke Anfang nächster Woche kommt dann der dicke Teamfight Bei den Missionen muss man dazu sagen, die Leute haben gesagt, wir meckern immer über die Epoch Mission Deswegen wollen wir euch eine Origins Mission zeigen, weil wir die immer so schön gehen Wie man die macht, das fängt schon mal ganz anders an Die werden nicht einfach so auf der Map gezeigt wie bei Epoch Das bedeutet man hat nicht eigentlich so ein rotes oder blaues Feld auf der Map Sondern man benötigt erstmal so ein PDA Das ist so eine Art GPS Tool Hier sieht man das Ich loote das gerade aus einer Leiche Das findet man normalerweise entweder im Labor oder von Militär NPCs oder in Baracken oder bei Helikopter abstürzen Und wenn man das einmal equipt hat, dann kommt das unten in den Tool Belt Und mit der Taste 7 kann man das aktivieren Dann öffnet sich dieses Fenster Dann haben wir jetzt links oben die ganzen Missionen angezeigt Hier ist nur eine aktiv Mit 0% also Convoy 0% 0% bedeutet einfach wie weit diese Mission ist Denn die Missionen bei Origins Die haben ein Die haben verschiedene Etappen Die sind aus verschiedenen Etappen gemacht Man muss zum Beispiel Hier ist jetzt als erstes Located Damaged Ural Danach muss man die NPCs töten Danach muss man dies machen und das machen Und das wird dann untereinander gestellt Und wenn man jetzt zum Beispiel den Ural gesehen hat Dann steht da 15 oder 25% je nachdem wie viel Mission Also einfach das ist der Fortschritt dieser Mission Jetzt haben wir oben bei Description noch stehen A Military Convoy Das bedeutet also ist schon ein bisschen Militärhaftes Die NPC sind besser bewaffnet Carrying Food and Medical Supplies Man bekommt als Belohnung Essen, Trinken und Medical Sachen Medical Stuff Ist ein Hinterhalt von Baditen In der Nähe von Kotanowsk angegriffen worden Oder halt geambusht worden Also dort war der Hinterhalt Das bedeutet man hat nicht auf der Map Wie gesagt man hat nicht auf der Map Irgendwas markiert Sondern da wird einfach nur der Städtename reingeworfen Das heißt Kotanowsk muss man absuchen Bis man irgendwann diesen Convoy findet Das ist jetzt eine Beispiel Mission Wir werden jetzt eine ganz andere Mission machen Ich wollte euch nur einmal zeigen Wie dieses PDA aussieht Mit der Taste 7 aktiviert man das Nicht vergessen Falls ihr spielt und ein PDA habt Aber nicht wissen wie man das aktiviert Ich habe jetzt leider bei dem Livestream Kein PDA dabei gehabt Deswegen kann ich euch nicht diese Mission zeigen Was da genau steht Aber wir erklären das so gut wie es nur geht Ich hoffe das Video gefällt euch Bleibt bis am Ende dran Wird am Ende nochmal ganz lustig Und nächstes Mal gibt es dann Helikopter Blackhawk Down 2.0 Viel Spaß mit dem Video Mach den jetzt gleich direkt weg Ich habe nur eine Granate Ich habe nur eine Granate Du willst ihn dann mit der Granate weg machen Ne ne ich mach gleich einfach ihn mitten in die Base Ich werfe ich eine Granate Einfach mal mal agieren Ja von den Bots Da vorne ist wohl die Mission Ich habe mich glatt gewundert Wow Hey das kann doch nicht sein Dass die Bots mich hier hardcore beschießen Erstmal hinter der Mauer bleiben Ach da ist der Bot Ok ich sehe den Konzentriere durch auf die Bots auf dem Berg ok Ja ja Sind meist so 6 bis 700 Meter weit weg Ich stehe da oben auf dem Turm Ist der mega schwer zu erkennen Oh mein Gott Schieß auf mich Oh mein Gott Bats Headshot Der oben auf dem Turm ist down Also auf dem Sandsack gebraten Alles klar jetzt fliegen Granaten Ich habe kein PDA hier Müssen wir sagen wenn die Sniper aufdauern Die sind schon da Die Sniper sind da Ach die sind schon da ok Hast du ihn erwischt? Jo Oh mein Gott die Sniper schießen schon Äh ja ich habe einen Wattkill Kann ich mir sagen wieviel Meter da sind? 700 circa bis zu den Snipern Ok ich sehe einen Wenn du einen siehst Äh Kann ich zoomen nicht Kann ich zoomen um Was einer angeht Ja Da ist ja auch noch einen Müssen wir erstmal ausruhen Wenn ihr die Sniper machen möchtest Wieder wie beim letzten Mal bei der Mission Ja Jo Sind jetzt alle Spots Das ist nämlich eine Mission Wir haben die schon mal im Livestream gemacht Also der ein oder andere könnte die kennen Ah ja ja Kann ein Oh Gott Jawohl Ok Ah hast du auch noch einen 24 Jo Oh ein Hit Die Mission besteht aus verschiedenen Etappen Also zuerst muss man ähm Das Lager clearen was wir eben gesehen haben Wo wir den einen getötet haben Danach spawnen Zom- äh nicht Zom- äh nicht Zom- sondern Sniper auf dem Berg Die müssen wir jetzt alle rausholen Wir werden die schießen Aber ich seh die grad nicht Ich hab nur einen einzigen gesehen Ähm ich bin jetzt irgendwie star in dem Turm Wenn du den kaputt geschossen hast Der einen Ok Luca siehst du noch einen? Äh ja ich hab noch einen getötet Einen sieht man nur von weiter rechts an der Mauer Ok Der ist relativ mittig in dem bisschen Wenn du den nicht schon hast Das Ich glaub den hast du schon getötet Ja Das Problem ist Ähm Die haben auch Gillies an Also die Oh Sieht ganz schön in die Post ab Einen hab ich schon mal Ich komm mal da hinten noch die Zwei hab ich Ah jetzt kommt er wieder Bot äh Sieht man dann im PDA ob dann noch irgendwo einer ist? Ähm Ah ich seh da einen Ich seh da einen Ich seh da einen Ich seh da einen Oh Bin jetzt in der Tonne Ah ja dann den seh ich auch Der ist tot Ja Der ist tot Ja Das ist 650 Meter ich hab immer ein bisschen Das ist sogar hier die Crash Kannst du mal im PDA gucken ob da alle Sniperchen ausgeschaltet sind? Der würde aufbringen passt Also Noch nicht Auf Oh ist der schon wieder Oh 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 Tom Neviser Nicht sterben Bitte Alles g Auf der der haste schon zweier hat mich was du mit getötet Zwei oder drei Ich glaub 3 Stück Ja, da müssten es alle gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Da kommen Helikopter. Das ist der Black Hawk. Deso, kannst du mal hinten ein bisschen gucken, ob da irgendwo ein Spieler kommt oder so. Okay. Auf den Black Hawk noch nicht schießen, der wirft gleich raus. Wenn du vorher schießt, dann wirft der dich viel zu weit weg aus. Okay. Der Black Hawk gehört jetzt auch dazu. Das ist sozusagen die dritte Etape. Wir schießen von euch. In die Bots. Das ist ein Bot. Achso. Ich dachte, Perry wäre schon da drin. Nee, ich bin da dran. Ich bin da dran. Aber mit dem Auto? Hier kommt kein Auto, ne? Auto war eine andere Mission. Hier kommt kein Auto. Nur der Black Hawk. Was heißt nur... Ich habe gehört, diese NPCs, Sniper-NPCs sollen extrem zielgenau sein. Ich habe die aber noch nicht einmal schießen gesehen. Wenn man Deckung hat, dann ist es relativ einfach. Man muss halt nur Deckung haben. Komischweise wird... Doch, jetzt wird der Heli bei mir im Zoom auch angezeigt. Also man könnte jetzt schon den Helikopter beschießen. Wir warten aber noch ein bisschen. Dann, ähm... Denn das ist so ein... Ja, Fallschirmjäger-Helikopter eher. Also das... Obwohl, der schießt auch, ne? Dass er eine Black Hawk eigentlich... Ja, ja. Aber, äh... Der explodiert automatisch, wenn die Bots alle tot sind. Okay. Dann explodiert der. Das heißt, wir lassen ihn jetzt ein bisschen rankommen. Dann schießt er nur ein, zwei Mal auf den. Dann fängt er an, die ganzen Fallschirm-Trupps um... Loszulassen. Ja, da kommt schon der erste raus. Nächstes Mal kommen sie aber ein Stück früher raus. Wie viel Meter? 600, 700? 500 würde ich schätzen, so. Die haben weiße Kittel an. Ne, einer nur. Unter anderem. Fünf Stück müssten es sein. Ich war wohl... Ja, die schaukeln so hin und her. Äh, ne, das lohnt sich noch nicht. Die Base ist jetzt safe, ihr könnt hier rein. Okay. Diesmal fliegen sie woanders lang. Ist anscheinend random, wo die landen. Ja, letztes Mal. Also das erste Mal, als wir das im Stream gemacht haben. Da sind die... Wie schießt? Da sind die bei uns, ähm... Einer ist tot. Die links von uns, überm Feld, irgendwo ausgelassen worden. Perry, ich komme zu dir ins Lager. Ich bin im Lager. NPCs kommen hier zum Glück nicht rein, oder? Können Sie Zombies oder NPCs? Äh, Zombies. Wie viel schwer ist das? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob man die wirklich schicken kann. Ich warte mal eben, bis die... ...komplett... ...gelandet sind. Oh, wow! So, erster ist gelandet. Was cool ist, die bewegt sich auch wirklich gut hierhin. Und die bleiben dann nicht so... ...camperhaft stehen, sondern die kommen wirklich hierhin. Da sehe ich, glaube ich, hin. Ne, das ist ein Baum. Sie ist neun. Siegt da gar keinen. Wir haben auch mal eine andere Mission gemacht. Da ist man, ähm... Da kam erst so ein Auto. Und danach kam aus dem Süden so ein Sturmtrupp. Und das ist wirklich dann quer durch die Stadt gegangen. Hat so taktisch mega die Position eingenommen. War schon ganz schwer, die Mission. Gib mir meinen Blood Bank. Komm, um mal zu Mission gerandet. Ich sehe da aber keinen Anti. Lassen die sich Zeit im Wald. Doch, da kommt einer. Das heißt, links sind alle tot. Jetzt sind auch die rechts zwei oder drei Leute waren das. Ich geh mal gucken. Ja. Später mal ein bisschen Schüsse. Dann seht ihr auch von wo. Ja, von uns aus gesehen hinterm Stein irgendwo. Oder hinterm Militärlager. Ich wundere mich, dass der Helikopter nicht schießt. Macht der gleich, wenn der Helikopter nicht schießt. Er schießt gerade. Hallo, Kor. Auch mal wieder da. Lange nichts mehr von dir gehört. Danko, da muss der sein. Wir müssen zwei, drei Leute sein. Hast du schon den Typ im Arzt-Gentel getötet? Ja, der ist schon tot. Hinter dem Militärgebiet müssen die, glaube ich, zwei Leute sein. Ich weiß, dass wir beim ersten Mal haben wir so lange, da haben wir über zwei Stunden für die Mission gebraucht, bis wir überhaupt bis hier anhand gekommen sind. Da waren wir noch ganz neu auf dem Server. Na, bist du aus dem Metal Compound gefahren. High Koffs da. Ah, guck mal, Perry. Die Franzi ist da. Möchtest du der Franzi Hallo sagen, Perry? Hallo, Franzi. Der mit dem... Ich glaube, ich sehe noch einen. Ich laufe gerade hier im Wald, ne? Achso, ja, nee, nee, das bist nicht du. Okay. Oh mein Gott. Und das war der Blackhawk. Und das war der Blackhawk. Perry habe ich gerade im Wald gesehen, da sehe ich ihn immer. Genau da, wo du bist, Perry, da müssen die irgendwo sein. Dank dem Erschießchen mit einer schallgedämpften Waffe gegen die Wand. Aber ich sehe jetzt keinen mehr. Nicht, dass wir auf einmal durch den Haupteingang kommen und uns von hinten erschießen. Ich hoffe, so schnell sind die nicht. Die anderen beiden waren schon recht schnell unterwegs. Hi, Troilu. Troilu. Dante, kennst du ein Kalistel 17 AMG? Dante, sag nichts Falsches. Sag, du musst da noch einer nehmen, sonst wird der ja explodieren. Ja. Ich hoffe, jemand schaut dann hier ein bisschen auf den Haupteingang. Das wäre geil. Jetzt gerade hier an der Military Base. Oh mein Gott, erschießen. Bisse. War keine Frage. Sportivor Level 2. Und wo kam das denn gerade? Hinter Militärgebiet. Bei Militärgebiet ist ein Gebäude. Kann man da aufs Dach gehen? Ich teste mal. Boah, die schießen auf mich. Ach du Kacke. So ungefährlich ist das gar nicht. Ich schieße nie wieder. Da steht ein fast fertiger Laster. Zwei Reifen hat er. Oh, ich sehe einen. Aus... ...treffig gerade. An diesem... Da, wo wir uns mal drin versteckt haben, Perry. Als die Ka drin war. Als die Ka da war. Der läuft sogar an eine Mauer. Hat auch eine M24. Der M-Wood-Gilie. Militärgebiet höre ich den einen oder anderen. Aber sehen kann ich den nicht. Ich glaube, bei Schreff-Nigradok habe ich um die Schüsse gehört. Einer ist jetzt hier schon in der Stadt angekommen. Okay. Das ist doch der Gili an, ne? Ja, Wood-Gili. Halis, ich werde mal Alters irgendwann wieder anzocken, aber zur Zeit habe ich da weniger Lust, zum Ehrlich gesagt. Ist wieder hinten was im Wald. Wo hast du den denn gesehen? An der Mauer ist der lang gelaufen. Welche Mauer denn? Diese Mauer, bei diesem riesigen Gebiet, in das Türgebiet. Da, wo wir uns mal drin versteckt haben, mit dem SUV. Weißt du noch, wo die Ka da war? Und der eben abgehauen ist? Mal sehen, der steht hier. Gut. Es wäre besser, der es hier gewesen sei. Gucken wir auf den Black Hawk. Ja. Uuuuuhh. Oh, eine richtig geile Explosion. Oh, yeah. Ich würde übrigens gerne die Mod, weil die Sword hat keine Munition mehr. Diesmal sind die Bots nicht dabei gestorben, glaube ich. Oh, nee, die sind ausgestorben. Ein, zwei, drei, vier, fünf, drei, ne, vier, drei. Drei. Dann wollen wir die noch heute unterholen. Ist gekleert. Echt? Ja, aber die Bots leben. Dann wollen wir noch die Bots machen. Lass, hier ist einer mit dem Arztgittel. Das ist ein mega schwer, den Flügelkopf zu snipern. Wie ist denn mit AK? Ich nehme mir mal ein DMR-Magazin. Nimm direkt die DMR oder so. Was ist denn so ein Explorer? Das ist ein ziemlich großes Backpack. Oh, Gott. Ja, will keiner von euch die DMR haben? Nee, ich will die Mod. Dann nehme ich die mal in die Tasche mit. Ja, die DMR gerne. Also, hier dann nimm. Also, man merkt, die Mission war ja ziemlich einfach, weil wir die schon kannten und öfters gemacht haben. Aber, ähm, der Loot ist, im Gegensatz zu den Epoch-Servern, für so eine Mission, also, wenn ihr überlegt, wie viele Schüsse wir verbraucht haben, ist jetzt auch keiner gestorben, weil wir die Mission kannten. Komm zum Auto. Haben wir die getötet jetzt, die da? Ja, ja, die sind schon tot. Sag mal, ja, da ist noch was. Ich leg da ein Penkele rein. Für den Lesung. Ja, mit dem Lesung. Oh, oh, wieder ein Einschlag von Zombie und ich blute. Ich hab, ich muss gerade meine Witze Bandage benutzen. Ich hab noch ein paar. Prüsen, gleich werde ich uns da auch noch legen. Okay, äh, Perni sagst du, dass wir uns beim Auto treffen? Na jo. Für diesmal kam auch keiner, ne? Normalerweise kommen auch Spieler. Ja, die MVP-Leute sind, äh, momentan anscheinend, äh, PDA los. Ja, ich hab verschreckt gesagt, dass wir uns beim Auto treffen. Übrigens wieder Hero Level 2, ne? Nicht wundern. Was? Terence Spencer? Ich bin auch gestern bei keinem Boss gestorben. Hallo? Ich schrieb dir nicht. Ich hab Dark Souls 2 ohne zu sterben fast gespielt. Aber nur fast. Ja, fast. Aber der Ratten-Boss, der war ekelhaft. So ein Eimer geschafft hat, diese Drecks-Vier-Ratten mit einem Schlag zu töten, ne? Wie man sofort erkennt, wenn Deutscher versucht, Englisch zu reden. Ich kann Englisch sehr gut sprechen, aber ich kann das nicht so schnell. Zwei, vier, sechs Leute sind hier. Wer hat denn gerade das Auto bewacht? Einer. Doch, doch, ich glaub jemand, das hier hat das Auto bewacht. Ne, ich war hier gerade. Schon wieder hin. So sieht eine Mission aus. In Origins. Also ist jetzt nicht mehr nur eine Sache, sondern die Missionen bestehen wirklich aus verschiedenen Sachen. Zuerst, ja, ja genau, kann man so sagen. Also zuerst muss man sozusagen das initiieren, indem man zum Beispiel ein Lager cleart und dann kommen dann Autos oder Helikopter oder Sniper oder 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 Maulwürfe. Das ist eine Mehrzahl von einem Maulwurf. Es gibt doch eine Mission, da muss man einen Ural abholen. Da muss man erst Banels bringen, da muss man den Ural wohin bringen und kriegt dann erst ein Lager. Maulwürfe. Beziehungsweise da sind auch, da sind auch NPCs in dem Ural, die muss man dann in Sicherheit bringen. Wenn ich der Postle-Mission verkackt, dann hätte ich die einzelnen Loot nicht. Oh, das hatte ich letztes Mal. Da wurde ich von Quisix getötet, wo der gesagt hat, nö, nö, ich war das nicht, ich war das nicht. Und der hat nicht nur mich getötet, sondern auch nur den NPC, den man beschützen musste. Aber das war, glaube ich, auf Epoch-Mission. Weißt du, es stand nur Quisix und ich im Lager, aber Quisix hat gesagt, nö, nö, war ich nicht ehrlich, war ich nicht, war ich nicht, war ich nicht, war jemand anderen, war ich nicht. Also, ich weiß, wer es war. Wäre Perry oder was? Perry, das Ehrenwurzestück. Ich dachte, das wäre der Typ, der dich mit der AK getötet hätte. Mein Gott, der Link steht ja nur auf dem Berg. Stimmt. Headshot. Und, Geo-Level-1. Geil. Ja, das war ein Spieler sogar. Mhm. Ja, wollt ihr da oben zur, äh, Crash-Side? Meinst du, der war da noch nicht? Nö, der wollte gerade erst dahin, da hat er so mit Range-Fanern hingeguckt, so. Echt? Lol, der hat einen Ghillie sogar. Aber wenn der jetzt keinen Range-Faner hat, dann tut der M10-14. Also, das ist so. Oh, der wird ziemlich schwach spauen. Oh, der ist schon da, ich bin. Tut mir jetzt aber leid. Nee, der hat ja bei Nokia, da ist kein Range-Schwein da. Boah, dann bist du ein Schwein, Mann. Dann bist du echt ein Schwein, wenn du den nimmst. Ja, hallo. Ja, hallo. Kennst du nicht, das war so ein richtiger Oldschool-Gamer, der so mit dem Fernglas guckt, der sich, der erkundet nochmal so, oh, ja, könnte gefährlich werden. Der hat eine Map für dich. Nee, ich möchte, ich nehme die nicht. Das war ehrenlos jetzt von zu einem. Alles klar, war aber meine Map. Ich glaube, da liegt doch nichts, woraus schon das. Ich will ja nichts sagen, aber... Hashtag Luca ehrenlos. Richtig ehrenlos. Der hätte uns getötet. Der war keine Partei. Das war ein normaler Survivor. Der war neu auf dem Server. Das war so ein richtiger Survivor, der zum ersten Mal den Sieg gespielt hat. Und du hast mir das Spiel versaut. Ja, okay. Jetzt ist Luca mal der Ehrenlose. Richtig ehrenlos, man. Junge, wann hast du das gesehen, dass letztes Mal einer mit einem Fer... Oder das... Wann hast du das letztes Mal gesehen, dass... Hä, was macht denn der Zombie? Selbstmord. Ey, Luca, aber wenn du schon siehst, dass du einen vollen Ghillie anhat, dann weißt du, ob er ist Survivor oder Hero. Warum tippst du den dann? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt nicht gesehen. Hier liegen die G36. G36 durch AK-Mone. Vor allem nicht nur, dass der einen Ghillie anhat, sondern... Dass der... Der hat mit einem Fernglas... Der hat die Situation beobachtet, die Zombies beobachtet, weißt du? Der hat nicht nach Spielern gesucht. Der hat die Situation beobachtet, so. Kriegten die G36 auch für jemanden? Der hat zum ersten Mal im Leben der Sieg gespielt. Und du hast mir jetzt das ganze der Sieg-Spiel einfach... Besaut. Ja, okay. Hashtag Luca ehrenlos. Mega ehrenlos von dir. Richtig ehrenlos. Au. Nimm mal einer von euch hier die G36 mit. Könnt ihr auch direkt behalten. Oh, dankeschön. Du bist so gnädig zu uns. Meine Truppe und ich, wir verdanken dir unser Leben. Wenn du welche Wünsche hast, sag uns Bescheid. Wir werden dir alle Wünsche erfüllen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Da fehlt auch noch wer. Echt? Ne, sind alle da. Yo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Das war jetzt das Missionsvideo. Nächste Woche kommt der Kampf mit dem Blackhawk und so weiter und so fort. Seid gespannt. Der Livestream war auf jeden Fall mega geil. Hier habt ihr einen kleinen Teaser für nächste Woche. Und bis dann. Ciao. Der ist ja auch wieder gespielt. Oh mein Gott, der D-Sync. Oh, ich hab den Piloten erwischt. Ich hab den Piloten erwischt. Ich hab den Piloten erwischt.